Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute Duo Cash Cup Finals. Es ist das letzte Mal, dass man vor FNCS jetzt nochmal zeigen kann, was man drauf hat, außer Zahnbelag. Es geht um 5000 Euro für den ersten Platz. Jeder aus den Top 40 nimmt Preisgeld mit. Top 40 bis 50 nimmt gar kein Preisgeld mit. Und wir haben sechs Runden, das sind die Finals hier gerade. Es sind Leute qualifiziert wie Noah80. Dann haben wir Vadial, Cringe, Haijo, Marius, Kao, Nikov, Reedlol und Mako. Und viele, viele, viele weitere. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights, meine lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, Creator Code Amar nicht vergessen. Abfahrt mit den Highlights. Digga, die sind so gut. 25. Aber immer noch 25 Leute live. Pass auf, E-Moss, pass auf, E-Moss. Ja, komplett zackt. In den hier rein. Komm. Oh. Wo ist das? Oh, wie alt, like. Oh. Nice, der ist white. Ja, das ist zwei. Oh mein Gott. Das ist krass. Oh, was? Oh, crack. Die kriegen eh nur Syphon. Oh, fast Rookie auch bester Schüler gerade. Digga, das sind beide die Besten gerade. 400 Mets. Mit dem auch 400. Komm. Links runter, links runter. Dash ist nochmal. Und nochmal Dash ist neben. Dash ist neben. Du hast nicht genug. Oh, doch. Oh, doch. 170 Hunden. Tag. 3 mit. Ich hab null Healing, null Healing. Das ist Solo. Ey, die sind wirklich die Besten gerade, ne? Kann so ein Top-4-Ding werden oder so. Oh, Klee. Was? Oh, der Kill sie haben. Links die Guyshow. Ja. Links. Front door, front door, front door. Hier, abdick, hier. Nice. Nein. Wieder Zeit für Mets. Einfach Mets ausfallen. Da ist er. Rookie tot. Er hat noch Dash, ja? Weißt er das? Was macht er da? Alles Solos. No, High Ground. Keine Mets mehr. Zwei Bills. Ein Bills. Er muss jetzt Band bauen. Er ist halt dumm. Oh, das war dumm. Oh, das war dumm. Schade. Egal Top. Ich hab sogar noch Top-4 gecallt. Vico hat Rookie geholt. Und die streamen nicht. Aber die sind auch die Besten momentan, wirklich. Ja, weil die nicht streamen. Dann cheaten sie halt einfach. Naja. Racerro hat irgendwelche Cheats vorbereitet. Ich glaub, das wird ne Primed-Up-Runde von denen, ne? Die ist auch deutlich unstackter als die anderen Runden. Ja, safe. Ich liebe deren Kommunikation, ne? Ich mag das einfach. Das ist so mein Ding. Nein, 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 nein. Alles gut. Ich bin trotzdem sauer auf die, weil die nicht mit nach Malle kommen. Mach auf, mach auf. Fisser. Ich hab Kohle, ich hab Kohle. Okay, die sind so hart. Hast du hart. Keine hart. 140 Mets. Du hast so viel Zeit, Alex. So kannst du Leute gucken. Also kannst du gucken. Digga, Axel ist so primed ab. Guck durch seine Schulterpartie. Und so an. Letztes FNCS, er war einfach noch so ein kleines bisschen so. Mach hier unten auch. So keine John. Da unten, da unten, links. Ja, Mann, das ist im Gymgrind. Naja. Ich geh heute Abend noch ins Gym-Set. Heute haben das auch schon für mich. Mit Aimsie. Ja, ich hab 150. Geil, Aimsie auch im Gym jetzt. Aimsie auch im Gym. Wichtig. Hier. Hast du uns nie vor? Ja, mach gleich. Mach, mach. Mach nicht vor. Wir laufen nicht mal rein, okay? Komm. Zusammen, Jungs, bleib zusammen. Drop runter. Oh, was ist das für Aims? Das ist komplett Banane. Das ist komplett Banane. Er muss hoch, er muss hoch. Er muss jetzt einen hoch. Ein Bild nur noch. Er muss bleiben, bleiben, bleiben. Nicht so rumlaufen. Oh mein Gott. Oh, okay. So kann man es auch machen. Gute Cone, gute Cone. Das war eine sehr, sehr gute Cone. Holy shit. Top 16. Was? Oh mein Gott. Das ist echt Leben am Limit. Das ist echt Leben am Limit. Er muss spawnen, er muss spawnen, er muss spawnen. Er muss spawnen, er muss spawnen. Echt Wilds. Gute Runde jetzt schon. Auf Wilds. Hier Wilds. Ente die, hinter die. Style. Oh. Alter, das ist krank. Er ist so gut. Er ist so gut. Er ist so gut. Oh mein Gott. Ihr Englisch ist so verkehrt. Ihn Englisch, Englisch hören zu reden, Englisch. Okay, I'm talking, I'm talking, I'm taking over, I'm taking over. Is dieser Twin nicht controller? Oh mein Gott. Hunter, Hunter crack that. I'm waiting for them. Where are you, where are you, where are you? Where are you, where are you? I have really good Mets still. I have really good Mets. What are you doing? Don't, don't greet, don't greet. I, where are you? Where are you? Where are you? Where are you, chat? Can we kill him? Oh me, oh me. Oh me, bro. Oh me, oh me, me. Money. Get his ass, get his ass. Get his ass? Get his ass. Leave, leave, leave. Nootie, nootie, nootie. Was geht wo? Die fragten ja komplett rein. Sieben Kicks schon. Okay, okay, okay. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Hey, gibt es RTL auch international, chat? Ja, ne? Okay, okay. Okay, okay. Yeah, go to the right, go to the right. Go straight, go straight, go straight. Look down, look down, look down, look down. Yeah, yeah, look. Break it, hold it. No, no, go, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up. That's right. That's right. Das war der, der den, äh, Varian low gemacht hat. Echt? Oh, er wurde coned. Oh, top bad. 100 bets. Top bad. Das ist ein GG. Oh, das ist safe high ground. Oh nein. Oh, fuck. Bitte geh nicht raus, bitte geh nicht raus. Ja. Bester Mann cringe. Ich sag's immer wieder. Ey, stimmt, warte mal. Wenn Vico und Fliche gewinnen, ne? Das ist ne back-to-back dann. Stimmt. Sie haben diesen back-to-back Cash Cup. Oh, warte mal, Vanyek's will sie auf high ground. Oh, du hättest nie kopfgucken können. Ja, stimmt. Ah. Ja, aber er hat ja gewonnen. Er hat einen Madget. Ja, ja, komplett free. Das passt schon. Hä? Komplett free gewonnen. Komplett free, chat. Fünf Kills, erster Platz. Ganz entspannt. Da brauchen wir gar nicht groß irgendwie rummeckern. Easy. Ich muss ihn töten. Ja, eine Pumpschluss denen fehlt. Der jagt den Armen so heftig. 1 auf 4 auf den. Oh mein Gott, stark. Ich bin full ulti no, ulti no. Die Madget bringt nix. Ja, weil er das Bombsignus hat. Ah, ja. Er ist voll AP. Ja, aber er ist voll AP. Voll AP, jetzt im Nightgames Kreis. Aber gute Runde. Trotzdem gute Runde. Marius Chaos. Das ist geistesgestellte. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass Marius die Kuh wieder Mut macht. Mit einem neuen Duo, mate. Mit Eidrop. Einfach mit Eidrop. Ein Däne, ein Norweger, chat. Back to seiner Prime. Oh, er droppt. Ja, er weiß ja, das geht ja auf den Berg hoch. Ist das nicht der, der sogar Riesen... Oh, er hat absolut nicht Mu gemacht. Ich glaub, das ist genau der, der Riesen geholt hat. Der holt gerade alle. Oh, der hat drei geholt gerade. Nein. Ja, ja. Was passiert da? Wer ist das? Hä? 1-1. Oh mein Gott, Digga. Das war so close. How did you win that? What the fuck? Warte mal. Die für Solos. Ja, da tolls noch. Jetzt erst Top 21 ist das verrückt. Neunte Zone. Digga, dieser Golden Ring nervt mich. Einfach weil sie ersten sind. Ja, das ist ein GG. Ja. Das ist ein GG. Unlucky. Das ist eine Profil-Runde für die beiden. Ja, ja. Aber die erste erst. Haben wir irgendjemand sehr Interessantes hier noch? Oh, Marius Kau? Alles Streaming. Ja. Ey, Joe! Ey, Joe! Die Crew einen Eyedrop holen war die halt? Okay. So, bis hierhin haben wir alles schon gesehen, Jett. Oh, oh. Warte mal, die haben die letzte Runde schon gewonnen. Die machen jetzt komplettes Comeback, Alter. Naja, stimmt. Comeback-Aroni. Ja. Nächster Kill, fünf Kills. Oh, oh. Sechs Kills. Oh, ich dachte, ich habe noch mehr. Oh, I-Drop ist down. Einmal, I-Drop ist dead. Hast du den Kopf? Oh, die muss er poppen. Die muss er poppen. Geile Awareness. Gut gebaut. So, gute Mechanics. Um sechs. Ist jetzt schon wieder eine Tracy-Runde für die beiden. Ja, ja. Digga, Sweezy wird wirklich nur von den Kassen gerufen. Ja, aber der hat so lange überlebt als Solo. Ja, ja, ja. Aber guck mal, wie Marius das auch macht, ne? Komplett als Solo. BAP! Boah! Oh mein Gott, wurde er gepumpt. Oh, warte mal! Und sein Duomate! Zugucken muss echt noch, aber selber stehen. Krank. Lucy Baddy? Lucy Baddy, ja, ja. Für den Namen wird er zweiter. Für den Namen muss er echt zweiter werden. Sechs Kills, Chat. Fredoxi, Sanket. Easy. Chat, es sind fast 50 Punkte Abstand. Zum zweiten Platz. Viko und Flichi, obwohl sie gerade Top 19 wurden. Digga, das ist so krass. Banyax, Sweezy auf der zwei. CCB auf der vier. Baddy auf der fünf. Marius Kuh auf der sieben. Trinch auf der acht. Baddy auf der neun. Und Sanket sogar auf der zehn. Warte mal. Ja, ja, ja. Der hat halt immer ein paar Kills, ne? Naja, Kills sind wichtig. Oh, Kick-Doo und Nepp sind hochgekommen. Fast-Rookie und Noah auf der... 13. Runtergerutscht. Oh, die sind auch runtergerutscht. Hajo auch runtergerutscht. Okay. Aaron ist crazy. Runtergerutscht, runtergerutscht. Okay, 3, 2, 1, go. Runtergerutscht, runtergerutscht. 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 Can you get to me? I'm sorry. Oh, not box, not box. Okay, we'll get to, Madre. Go, go here, go here. Ach, die gut. Oh, runtergehen können. Yeah, destroy this, destroy this. Let's go. Do you have Nitro? Nitro? Yeah. Use it. Runtergerutscht, runtergerutscht. Oh, my God. Aber schön, Alice. Alter, geil. Oh, jetzt. Oh, nein. Oh, my God. Did I get the King? I get both. They get him. Ich glaube nicht. Pumpte halt, ne? Ich glaube nicht, dass er die bekommen hat. Boah, das ist... Weiß ich nicht, Chat. Das ist Dominanz von einer ganz anderen Art und Weise. Und deswegen streamen sie auch die Finals nicht. Seit drei. Und das auch schon seit zwei Wochen, ne? Drei. Oder drei. Ja, das ist die dritte Woche. Ne, länger. Weil, weil das war ja... Also dazwischen war ja noch eine Pause. Also so gesehen fünf Wochen. FNCS waren die, glaube ich, auch richtig... Richtig chillen sie dabei. Ich weiß noch, letztes Jahr FNCS... Oder nicht letztes Jahr, aber das letzte FNCS... Da hat sich Vico fast nicht crawlt und wollte sich splitten. Ja, Opens. Opens. Wo wir bei Red Bull waren. Wo wir bei der Rennstrecke waren. Irgendwas haben sie gemacht. Chat, irgendwas haben sie gemacht, was sie jetzt noch mal besser gemacht hat als alle anderen. Und sie erzählen halt keinem den Trick. Ja, die machen es auch so gut, ne? Keiner kommt auf High Growth. Kein einziges Team guckt einfach hoch. Flichy hat wahrscheinlich... Flichy hat wahrscheinlich von Yannis komplett gelernt, was so IJLing angeht oder so. Ja, ja. Und jetzt geben sie die Tricks auf zwei der krassesten Mechanically Spieler, die es gibt gerade in Deutschland. Oder ganz Europa. Und ich habe eh diese Season gesagt, zum Beispiel Chap und Tini. Das ist so eine Season, wo die zwei besten Fighter zusammen gewinnen. Nicht die zwei so mit IJL und dies und jenes. Guck mal. Einfach zweimal weiter und fertig. Guck mal, wie die Fracken gehen. Einfach beide. Ja, das ist so krass. Guck mal, die gehen einfach runter, Chat. Die gehen einfach runter, ohne Wetz. Guck mal, guck mal, guck mal. Wie hat denn die Awareness auf ihnen? Ist das crazy. Gott weiß es. Oh. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind so krass. Die sind so krass, Chat. Zehn Kills. Bro, zehn Kills. Das sind allein 40 Punkte nur durchstiegs Kills in dieser Runde. Ja. Ja, und Gira ist auch noch Gold. Komm, bitte. Also elf Killwin. Bitte, 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 bitte. Das kannst du doch keinem erzählen. Du Ali, wie? Du Ali, wie? Up and over, up and over, up and over. Nee, ist kein Up and Over. Okay. Das ist kein Up and Over, Tritt. Das ist schlimmste, was ich gehört habe. Da war doch keiner auf High, oder? Oh, jetzt sind wir auch jemand auf High. Hinter mir kommt's zu den Fuhlzein. Das ist schön, das ist schön. What big? Ja, what big, mein letzter, mein letzter. Ja, nimm meine Minis. Meine Account. Oh, ja, geil. Geile Code. Guck nach oben, guck nach oben. Oh, 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 die haben gecrashbettet. Oh, my God. Ist ein GG. Ist ein Swizzy und Warnackau. Oh, my God. Ich glaube auch. Ist es over. Nein, das ist Vigo. Hi, Joe. Hi, Joe. Er will was droppen. Sag es. Warte. Hi, Joe. Hi, Joe of Highground. Okay, die haben auch die mythische AR und den Coin, ne? Klappstuhl, danke für die 39. Ach stimmt, die haben doch Maliburger geholt, diese Runde. Ja, ja, ja. Ich habe den Gepäzen ausgepickt. Okay, jetzt sehen wir den Beam gleich. Auf die, ja. Okay, das war der Maid. Okay, das war der Maid. Ja, das war der Maid. Ich gehe für den Maid. Kau, der Maid, kau, der Maid. Mad Kids. Egal, der drei, passt. Passt drei Mad Kids. War der all Solo? Ja, haben wir gerade gesehen. Alles gut. Ich gehe mal der Maid. Das ist bei, das ist bei. Okay, 5, 3, 0. Ich habe gut Maids auch, gut Maids auch. Ich sage es euch, Freunde. Hört auf mein Wort. Hi, Joe called for Dallas. Oh Gott, TGP ist egal. Ich call es auch, ich call es auch. Ich habe sogar irgendwie so Top 9 oder Top 10. Guck mal, irgendwie so. Bro, ich habe sogar gesagt, als er gespielt hat, ne, eine Qualifier war so letzter Platz oder sowas. Ich habe gesagt, er qualit sich in dieser Runde noch. Wom hat er gemacht. Ja, ist crazy. Der Mann ist wirklich, er hat sich wirklich, glaube ich, hingesetzt und die Season gegrindet. Was andere nicht gemacht haben und das sieht man einfach jetzt. Ja, das sieht man jetzt. Und das mag ich an Hi, Joe. Ist ein Grindr, Digga. Die machen das so krass, Chat. Top 13 Situation, 3 Kills haben sie schon. Ganz entspannt, Roni. Einfach nur noch Spray. Einfach nur noch Spray. Selbst mit der grauen SMG. Jaxe, danke auch für den Elfen. Oh, Bro, ich freue mich so auf FNs, die Ersten. Dann ist vorbei, Chat. Ja. Wenn du ein Solo, hier ist ein Solo unter dir. Nice. Stark. 2 wie 2? 2 wie 2. 300 Wurz habe ich. Hi, Joe Kaulitz, so zesty. Er hat aber auch noch einen dritten Abend, Chat. Das ist ein neuer. 13 Monzu. Ich gebe ein Heal auf. Ganz eins, hoff. Ja, mein Ding. Wenn er einen knockt, dann ist es over. Wenn er jetzt einen knockt, damit. Nice. Ja. Ich sehe es nicht. Early, okay. Bleib mal am Leben einfach. Warum ist er runtergejumpt? Das war, glaube ich, nicht so smart. Alles okay. Ich haus die Platte. Weiß nicht, keine Ahnung. Okay, aber er kann sich hier gut verstecken. Hier sind viele alte Builds. Boah, das ist so schlau mit dem Crashpad. Damit er ihn nicht findet. Obwohl, da war eine Treppe vor. Ist es nicht noch irgendwo ein Lagerfeuer? Gute Frage. Er hat eh nur 40 Holz. Er kann einmal anfachen. Er sucht. Er sucht fleißig irgendwelche Reste. Digger. Ist wie im Club-Chat um 6 Uhr morgens. Oh mein Gott. Let's go. Geil. Und aufs Bett. Geil. Das ist ein neuer Move. Nein, 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 nein. Das macht man nicht, Chat. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Das sind die Preise und Belohnungen. Ich glaube, die Eins, da brauchen wir gar nicht mehr drüber streiten. Viko und Flichi auf der Eins mit 5000 weiteren Earnings. Das ist der Back für Back für Back. Das heißt, dreimal hintereinander. Holen sie sich hier 5k. Das heißt, 15.000 innerhalb von drei Wochen. Krank. Kurz in den Sommerferien. 2,7 für den zweiten, 1,8 für den dritten. Okay. Top 10 kriegt 900. Ist das lächerlich, Bro. 100 Punkte. Bro, guck mal, die haben konstant. Guck mal, durchschnittliche Platzierung 5,2. Bro, das ist... Durchschnittliche Eliminierung ist noch viel krasser. Also viel krasser mit der Eliminierung. Also 7,3 mal 4. 7 Kills. Die haben einmal... Ah, ne, doch nicht. Sorry. Ich dachte gerade 19 Kills. So, wer ist auf der 2? CCB und Nathan verdient. Suizio und Vaniak auf der 3. Boah, das wird krank, dieses FNCS. Das wird ein Rennen zwischen den beiden Teams, glaube ich. Sag ich. Ich, ne. Doch. Ich sag nicht. Alter, doch. So, wen haben wir noch? Reason und Vardial auf der 5. Auch geil. Die nehmen 900 mit. Solid. Pinks und Voxer. Marius und iDrop. Und direkt hinterher sein Duo. Das ist krass. Das ist auch ein geiles Zeichen. Hat sich schon gelohnt. Hat sich für beide gelohnt, Digga. Ja. Cringe auch nochmal hier auf der 9. Hä, er sagt sogar vorhin noch, alles over. Bro, du bist 9. Platz. Chill mal jetzt. Hä, voll gut. Voll gut. Komplett krass. Hi, Joe. Guck mal, er ist nochmal richtig hochgekommen, ne? Vom 13. Platz. Boom. Ich glaube, es bringt ihm fast gar nichts. Oh, so ein bisschen. Komm an hierher. Komm an hierher, bin ich. Oh, Noah. Noah. Hier ist Malibu und Mersdach. Die haben einfach nochmal reingegrieft. Booga und Reed doch nochmal in die Earnings reingekommen. Cheaten und Drexer. Ja, Teenie, keine Earnings ohne Chap. Es ist so klar gewesen. Keine Earnings ohne Chap. 46 Punkte waren für Earnings. Man denkt, 46 Punkte ist easy. Vertraut mir an solchen Lobbys, das ist nicht easy. Hier, doch. Guck mal, die haben 600 jetzt gemacht. Davor hatten sie 300. Ja, okay, dann ist gut. Dann ist crazy. Verdoppelt kurz. Kurz verdoppelt. Alter, geil. Das war's mit dem Video, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Vergesst nicht, den Creator Code Roni einzutragen. In schwarz, weiß, ich seh alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times. Ja, ich lern aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times. Hard Times. Als es das ist, ist das, was mir hals. Ja, ich lege. Bege.